Hallo, ich bin Jürgen Bleikner Stefanie, ich bin 20 Jahre alt und ich komme aus Reit im Alpachtal. Ich absolviere derzeit meine Ausbildung zur pharmazeutischen kaufmännischen Assistentin in der Marienapotheke in Schwarz. Herzlichen Dank und herzliche Gratulation dir. Alles alles Gute und für den weiteren beruflichen privaten Weg nur das Beste. Bis zum nächsten Mal.